Als Moderatorin von Love Island VIP kennt Sylvie Meiss sich mit Liebe und Romantik aus. Jetzt verrät sie, was für sie ein perfektes Date ausmacht. Für Sylvie ist es besonders wichtig, dass ein Mann sich Gedanken macht. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, es ist schön, wenn man einen Mann trifft, der ein Gentleman ist und Initiative zeigt. Ich persönlich mag das. Dabei muss es nicht immer der Mann sein, der das Date plant. Auch die Frauen können Initiative ergreifen und ihren Partner mit etwas Schönem überraschen. Sie hält nicht viel von unoriginellen Dates. Ein bisschen Mühe und Fantasie dürfen gerne dahinter stecken. Aktuell darf nur ein Mann die 46-Jährige zu einem perfekten Date ausführen. Im August zeigte sie sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Freund Patrick Grun bei einer Veranstaltung in Hamburg. Weitere Details zu ihrer Beziehung behält die Holländerin allerdings für sich. Mit öffentlichen Beziehungen hat sie in der Vergangenheit nämlich keine guten Erfahrungen gemacht. Bekannt wurde sie an der Seite von Fußballprofi Raphael van der Vaart. Im Januar dieses Jahres trennte sie sich von dem niederländischen Unternehmer Wim Beelen. Im selben Jahr reichte sie die Scheidung von ihrem Ex-Mann Niklas ein, mit dem sie von 2019 bis 2023 zusammen war.